Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der andere Stein, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Magen, wie mein Befehl zu widersetzen! Oh mein, ist das einfach gekommen! Der Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht weiter als ein Haufen niederbereistiger Treude unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Du bist als Feiglinge, verreichter Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu laden, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktionen nur verhindert! Es hat mit denen nur effektive Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von denen alle höhere Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz verraubbar erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt dem deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Trick ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen bei ihm verlasse, irren Sie sich, der freund ist! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Ich möchte Ihnen wissen, was Sie wollen! Ich möchte Ihnen bei Ihnen verstehen!